Musik Willkommen zu diesem Beitrag der Reihe Update Verfassungsrecht der Universität Mannheim. Schön, dass Sie zuschauen. Heute geht es bei aller Vorsicht, die wir im Umgang mit Superlativen haben sollten, wirklich um zwei epochale Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die am 6.11.2019 ergangen sind und die am 27.11. dann auch veröffentlicht wurden. Das Bundesverfassungsgericht selbst hat diesen Entscheidungen die Namen Recht auf Vergessen 1 und Recht auf Vergessen 2 gegeben. Während wir bisher gewohnt waren, dass der Digitalisierung und der digitalen Verfügbarkeit von Informationen mit jeder neuen Gerichtsentscheidung aus Gründen des Datenschutzes weitere Hindernisse in den Weg gestellt werden, sendet das Bundesverfassungsgericht in diesen beiden Entscheidungen klare Signale in eine andere Richtung. Es geht nun, wir können sagen endlich, auch um die Grenzen des Datenschutzes. Es geht darum, andere Güter von Verfassungsrang gegen die Krake des Datenschutzrechts zu verteidigen. Und auch wenn das Bundesverfassungsgericht nur für das Verfassungsrecht und nicht auch für die Dogmatik des einfachen Rechts zuständig ist, geht es auch darum zu verhindern, dass etablierte Rechtsgebiete wie das Äußerungsrecht mit historisch gewachsenen und fein ausdifferenzierten Wertungen, die im Wesentlichen gut und vorhersehbar funktionieren, durch die Brille des Datenschutzrechts neu zu definieren und von der Datenschutzgrundverordnung her europäisch zu überformen. Zugespitzt können wir sagen, das Bundesverfassungsgericht verteidigt die Freiheit des Denkens, Redens und Schreibens und Forschens gegen eine Totalverklebung durch ein über seine Ziele hinausschießendes Datenschutzrecht. Ein Datenschutzrecht, das dem Einzelnen eigentumsähnliche Rechte an in Daten abgelegten Relationen seiner Person zum sozialen Umfeld zuspricht und dem Datenberechtigten damit, ja sozusagen wie bei § 903 BGB, das Recht einräumt, andere von der Nutzung auszuschließen. Um die Freiheit als eine kommunikative Form, einen kommunikativen Prozess verteidigen zu können, der fortlaufend Veränderung und damit Fortschritt hervorbringen kann, nimmt das Bundesverfassungsgericht auch profunde Konflikte mit dem Gerichtshof der Europäischen Union in Kauf. Es sind deshalb zwei große, kluge, im Übrigen auch glänzend formulierte und hoffentlich richtungsweisende Entscheidungen aus Karlsruhe. Die ganze Bedeutung dieser Entscheidungen können wir heute nur erahnen. Sie werden sicherlich mal in einem Atemzug mit den großen Entscheidungen wie Lüth, Elfes, Solange I, Solange II, Maastricht und Lissabon genannt werden. Die Lehrbücher zu den Grundrechten und zum Verfassungsprozessrecht müssen jetzt in Teilen neu geschrieben werden. Natürlich werden die Entscheidungen in Klausuren verarbeitet werden und neue Promotions- und Habilitationsthemen werden geboren. Es ist sozusagen ein Fest für die Wissenschaft. Aber wir dürfen nicht vergessen, und das dürfte in erster Linie auch wichtig sein, es werden tausende Fälle vor den ordentlichen Gerichten nach den neuen Karlsruher Maßstäben zu entscheiden sein. Ich denke, damit habe ich Ihnen nun genügend Lust gemacht, tiefer einzusteigen in diese beiden Entscheidungen. Und als ob das Thema Persönlichkeitsrechte in der digitalen Welt nicht schon für sich genommen groß genug wäre, nutzt das Bundesverfassungsgericht die beiden Entscheidungen dann auch noch zu einer grundlegenden Neubestimmung des Verhältnisses von Bundesverfassungsgericht und Gerichtshof der Europäischen Union, EuGH. Wir können sagen, das Bundesverfassungsgericht drohte gerade auf dem Feld des Datenschutzrechts in den zurückliegenden Jahren zu einer Randfigur zu werden, weil die maßgeblichen Rechtsquellen heute europäischer Natur sind, allen voran natürlich die eben schon erwähnte EU-Datenschutzgrundverordnung. Diese Entwicklung war für das höchste deutsche Gericht auch deshalb problematisch, weil das Datenschutzrecht ja immer mehr an Bedeutung gewinnt und sich wie eine zweite Haut um etablierte Rechtsgebiete zu legen scheint. Die Folgewirkungen, die die neue Datenschutzgrundverordnung etwa für das Recht der gesetzlichen Schuldverhältnisse nach dem BGB hat, sind bisher allenfalls ansatzweise erforscht. Wer glaubt, das bürgerliche Recht könne sich in seinem Kern einer Europäisierung entziehen, dürfte sich irren. Mit dem nationalen Recht aber verliert, so schien es auch das Bundesverfassungsgericht seine Zuständigkeiten. Denn bei der Durchführung des Unionsrechts sind nun einmal gemäß Artikel 52 Absatz 1 Satz 1 der EU-Grundrechtecharta die europäischen Grundrechte und nicht das Grundgesetz anzuwenden. Mit dem Doppelschlag vom 6. November 2019 hat sich das Bundesverfassungsgericht nun zurück in das Zentrum des Geschehens katapultiert. Die Botschaft lautet, jeder, der sein allgemeines Persönlichkeitsrecht gegen eine wie auch immer geartete Zumutung verteidigen möchte in der digitalen Welt oder auch in der analogen Welt, kann dies auch fortan vor dem Bundesverfassungsgericht tun. Welche Grundrechte das Bundesverfassungsgericht dann anwendet, ob nun die Grundrechte des Grundgesetzes oder die Grundrechte der Grundrechtecharta, ist im Grunde genommen zweitrangig. Es können sowohl die Deutschen, aber notabene auch die europäischen Grundrechte sein. Das Bundesverfassungsgericht kreiert damit richterrechtlich das, was im europäischen Recht bisher fehlte und vermisst wurde, nämlich eine europäische Verfassungsbeschwerde. Wenngleich nun einmal jetzt nicht zum EuGH, sondern dezentral beim jeweiligen nationalen Verfassungsgericht und jedenfalls beim Bundesverfassungsgericht. Die Neubestimmung der europäischen Grundrechtearchitektur durch die Entscheidungen Recht auf Vergessen 1 und 2 ist so wichtig, dass wir ihr demnächst einen eigenen Videobeitrag widmen möchten. Wir klammern diesen Aspekt hier also aus und widmen uns allein dem Recht auf Vergessen als solchem. Wenn Juristen vom Recht auf Vergessen hören, denken sie sofort an einen Anspruch gegen Suchmaschinenbetreiber wie Google, der darauf gerichtet ist, bestimmte auf Internetseiten auffindbare personenbezogene Informationen bei der Darstellung der Suchergebnisse zu unterdrücken. Bei einer der beiden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, nämlich Recht auf Vergessen Römisch 2, ging es auch tatsächlich um diese Konstellation. Beklagte des zivilgerichtlichen Rechtsstreits war die heutige Google LLC. In der anderen Entscheidung, Recht auf Vergessen 1, stand hingegen ein Anspruch unmittelbar gegen ein Medienunternehmen in Rede, das die personenbezogenen Inhalte auf seine Internetseite eingestellt hatte. Beklagte war hier die Spiegel Online GmbH. Das ist interessant, weil Spiegel Online auf den ersten Blick ja nicht für die Ergebnisse einer Google-Suche verantwortlich ist, sondern eben nur für das, was Spiegel in das Internet an Informationen einstellt. Es ging in dem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht also auch um die Frage, ob ein privater Anbieter von Telemediendiensten, also ein Anbieter von Internetseiten, dazu verpflichtet sein kann, das Auffinden seiner Inhalte durch Suchmaschinen mit Hilfe technischer Vorkehrungen ganz oder teilweise zu verhindern. Die Konstellation ähnelt der polizeirechtlichen Figur des Zweckveranlassers. Muss ich mein Verhalten auf die Möglichkeit einstellen, das Dritte meinen Verhaltensbeitrag sozusagen als Baustein zur Erzeugung einer Gefahr benutzen? Darf ich ein Lied nicht spielen, wenn die Gefahr besteht, dass die Besucher daraufhin einen rechtsradikalen Text zu diesem Lied singen? Das Bundesverfassungsgericht hat diese Frage für das Verhältnis von Spiegel und Google teilweise bejaht. Die Geschichte der Entscheidung Recht auf Vergessen 1 beginnt am 13. Dezember 1981 mit einem Doppelmord. Paul T., aus gleich zu erhellenden Gründen nennen wir den vollen Namen hier lieber nicht, erschießt auf der Yacht Apollonia, die sich auf dem Weg von Gran Canaria in die Karibik befindet, ein eigentlich ganz schönes Setting, zwei Menschen. Und er verletzt einen weiteren Schwer. Zuvor kam es auf der Yacht zu Konflikten, die wir mit dem alten Wort Meuterei beschreiben können. Ein Kampf um die Vorherrschaft auf dem Schiff. Paul T. zwingt schließlich den an Bord befindlichen Räder des Schiffes, der als aggressiv und kritikunfähig beschrieben wurde, mit vorgehaltener Waffe dazu, ihm das Kommando über das Schiff zu übergeben. Es kommt zu Handgreiflichkeiten und schließlich erschießt Paul T. den Räder und dessen Freundin. Ein weiteres Besatzungsmitglied, ich sagte es schon, wird schwer verletzt. Paul T. wird zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt und kommt 1999 nach 17 Jahren aus der Haft frei. Über den Apollonia-Prozess hatte in den 80er Jahren unter anderem das Nachrichtenmagazin der Spiegel in mehreren Artikeln unter Nennung des vollen Namens berichtet. An der Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung bestanden zu keinem Zeitpunkt Zweifel. Zwischenzeitlich aber eben wurde Spiegel Online geboren. Die Artikel des Spiegel, die es früher nur in Papierform gab, wurden digitalisiert und in das Online-Archiv des Spiegels eingestellt. Damit werden sie auch für eine breite Öffentlichkeit unvergesslich und für jeden auffindbar, der nur den Namen von Paul T. kennt und nach ihm googelt. Paul T. aber will nun vergessen werden. In der analogen Welt wäre es ihm gleichgültig gewesen, ob es irgendwo in einem Spiegelarchiv noch personenbezogene Informationen über ihn gibt, die von Journalisten oder vielleicht von Historikern eines Tages gefunden werden könnten. In der digitalen Welt aber kann jeder jeden googeln und ohne irgendwelche Vorkenntnisse, ohne ein vorab formuliertes thematisches Interesse und ohne System. Gleichsam zufällig. Alles über alle wissen. Das Googlen der Namen von Freunden, Kollegen, Nachbarn, Bekannten ist zu einer netten Zwischendurchbeschäftigung der rastlosen Digitalgesellschaft geworden. Im zivilgerichtlichen Verfahren ging es darum, ob Paul T. mit einer zivilgerichtlichen Unterlassungsklage erreichen kann, dass die seine Tat betreffenden Presseartikel nicht mehr über das Online-Archiv des Spiegels und jedenfalls nicht mehr mit Hilfe von Suchmaschinen wie Google aufgefunden werden können. Genauer, es geht darum, ob in den entsprechenden Berichten weiterhin der Familienname des Mannes genannt sein darf. Der Bundesgerichtshof hatte diese Frage bejaht und die Klage von Paul T., des früheren Mörders, der inzwischen aus der Strafhaft entlassen worden war, dementsprechend abgewiesen. Die Presse, so sagte der BGH, müsse auch über lange zurückliegende Ereignisse grundsätzlich in einer nicht-anonymisierten Form berichten dürfen. Das gelte insbesondere dann, wenn die Darstellungen über die Person der Wahrheit entsprechen. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, so der BGH, vermittle keinen uneingeschränkten Anspruch darauf, in der Öffentlichkeit nicht mehr mit einer eigenen Verfehlung konfrontiert zu werden. Nur ausnahmsweise könne auch eine wahre Darstellung das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen verletzen, wenn und soweit sie einen Persönlichkeitsschaden anzurichten droht, der außer Verhältnis zu dem öffentlichen Interesse an der Verbreitung der Wahrheit steht. Bei der Tat des A. habe es sich um ein spektakuläres Kapitalverbrechen gehandelt, das ein bedeutendes zeitgeschichtliches Ereignis sei und untrennbar mit Person und Namen des Täters verbunden sei. Paul T. hat nun gegen diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs Verfassungsbeschwerde eingelegt. Er störte sich besonders daran, dass die Artikel mithilfe der allgemeinen Internetsuchmaschinen auch von Personen gefunden werden können, denen nichts weiter als sein Nachname bekannt ist. Wenn jeder ohne besonderen Anlass oder besondere Berechtigung und ohne jeden Anfangsverdacht alles über alle erfahren kann und die einzige, ebenfalls sehr begrenzte Kontrollmöglichkeit des Menschen darin besteht, schon die Einspeisung von Informationen in das Internet zu verhindern, dann hat das für das Konzept einer selbstbestimmten Entfaltung der Persönlichkeit, wie es den Grundrechten des Grundgesetzes voransteht, fatale Konsequenzen. Freiheitsgrundrechte werden aus Sorge vor dem ewigen Gedächtnis des Internets nicht genutzt. Sind die Informationen einmal in der Welt und geht der Betroffene und sei es auch irrtümlich davon aus, dass seine Mitmenschen ihn mit den alten Geschichten in Verbindung bringen, wird auch diese Annahme in sein Handeln eingepreist. Der Philosoph und Historiker Michel Foucault schrieb einmal derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist und dies weiß, übernimmt die Zwangsmittel der Macht und spielt sie gegen sich selber aus. Er internalisiert das Machtverhältnis, in welchem er gleichzeitig beide Rollen spielt. Er wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung. Die Entscheidung Recht auf Vergessen 2 hat die Klage einer Arbeitgeberin direkt gegen Google zum Gegenstand. Sie wehrte sich dagegen, dass bei der Eingabe ihres Namens in die Suchmaske des Suchmaschinenbetreibers ein Link auf einen Fernsehbeitrag des Norddeutschen Rundfunks mit dem Titel Kündigung die fiesen Tricks der Arbeitgeber auftauchte. Wie schon in dem anderen Verfahren waren die in mehreren Instanzen mit der Sache befassten ordentlichen Gerichte zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Bemerkenswerterweise gelangt auch das Bundesverfassungsgericht in den beiden Entscheidungen Recht auf Vergessen 1 und 2 zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wenn wir aus den beiden Entscheidungen vor allem das Signal herauslesen, einem zu rigiden Datenschutzrecht grundrechtliche Grenzen zu setzen, dann bedeutet das also keineswegs, dass das Bundesverfassungsgericht das Recht auf Vergessen schon im Ansatzpunkt für eine schlechte Idee hielte und es sozusagen wegjudizieren wolle. Es wehrt sich nur gegen einen unrelationalen, quasi absolut gesetzten Datenschutz. In Recht auf Vergessen 1 gibt das Bundesverfassungsgericht dem verurteilten Mörder Paul T. Recht. Das Bundesverfassungsgericht sagt allerdings nicht, dass Paul T. nun ein Recht auf Vergessen hat. Wohl aber, dass der Bundesgerichtshof die für dieses Recht sprechenden Gesichtspunkte in der Abwägung mit den berechtigten journalistischen Interessen von Spiegel Online und dem dahinterstehenden Informationsinteresse der Öffentlichkeit nicht hinreichend berücksichtigt habe. Der Bundesgerichtshof muss also noch einmal entscheiden. Das Bundesverfassungsgericht hat die Sache an ihn zurückverwiesen. Und dabei soll der Bundesgerichtshof insbesondere prüfen, ob ein Ausgleich zwischen den beiderseitigen Interessen nicht in der Weise erfolgen kann, dass Spiegel Online ein Auffinden der einschlägigen Artikel im Wege eines einfachen Googelns, also einer Sucheingabe nur des Namens von Paul T., verhindert, ohne den Artikel selbst also zu anonymisieren. Ein spannendes Beispiel dafür, dass praktische Konkordanz eine genaue und kreative Auseinandersetzung des Juristen mit dem Sachverhalt voraussetzt. Das Bundesverfassungsgericht macht es hier vor. Anders ist die Entscheidung in Recht auf Vergessen 2 ausgegangen. Das Bundesverfassungsgericht beanstandet es im Ergebnis nicht, dass das letztinstanzlich zuständige Oberlandesgericht einen Anspruch auf Vergessenwerden gegen Google verneint hat. In beiden Entscheidungen steckt die eigentliche Botschaft zwischen den Zeilen und nur der geübte und informierte Leser kann sie verstehen. Das beginnt schon mit der richtigen grundrechtsdogmatischen Verortung des Schutzinteresses. Auf den ersten Blick scheint das nur ein juristisches Glasperlenspiel zu sein. Aber es handelt sich um eine ganz wichtige Weichenstellung. Das Bundesverfassungsgericht sagt nämlich, dass der verfassungsrechtliche Maßstab für den Schutz vor Gefährdungen durch die Verbreitung personenbezogener Berichte und Informationen in der öffentlichen Kommunikation nicht etwa einseitig beim Recht auf informationelle Selbstbestimmung, also beim Datenschutzrecht liegt, sondern der Schutzauftrag liegt in den klassischen äußerungsrechtlichen Ausprägungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das Bundesverfassungsgericht nennt hier den Schutz eines unantastbaren Bereichs privater Lebensgestaltung, die Garantie der Privatsphäre, das Recht am eigenen Bild und am gesprochenen Wort, das Recht auf die Darstellung der eigenen Person, die soziale Anerkennung sowie den Schutz der persönlichen Ehre. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung hingegen kann einen gesamthaften Schutz hinsichtlich jederlei Umgangs mit Informationen nicht gewähren. Die übrigen Schutzdimensionen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts bleiben erhalten. Sie werden nicht vom Recht auf informationelle Selbstbestimmung absorbiert. Das Bundesverfassungsgericht sagt, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung lässt die Wertungen und Abwägungsregeln der anderen Ausprägungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts unberührt. Und das hat natürlich Folgen für die einfach gesetzlichen Ausprägungen. Das Datenschutzrecht ist nicht das neue Äußerungsrecht. Es verdrängt beispielsweise nicht die zu § 823 Absatz 1 und 1004 BGB entwickelte Dogmatik zum Schutz vor der Verbreitung von Werturteilen oder Tatsachenbehauptungen über eine Person. Die zweite Botschaft des Bundesverfassungsgerichts ist noch versteckter. Sie wird nur sichtbar, wenn wir uns klar machen, dass das Recht auf Vergessen, ja vergessen werden, ja keine Erfindung des Bundesverfassungsgerichts ist. Es ist das Marketingetikett, das im Jahr 2014 auf eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union geklebt wurde. Und diese Entscheidung hatte einen Löschungsanspruch gegen Google zum Gegenstand. Der europäische Gesetzgeber fand dieses Urteil, in dem der Löschungsanspruch bejaht wurde, so gut, so wichtig, dass er in der EU-Datenschutzgrundverordnung, die ja am 25. Mai 2018 in Geltung getreten ist, eine Anspruchsgrundlage mit eben diesem Namen einführte. Das ist der Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung. Wer die neuen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sozusagen von der Pike auf verstehen will, muss auch diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs kennen. Wir haben dazu deshalb ein eigenes Video gedreht, das Sie sich bei Interesse gerne anschauen können. Wichtig ist hier nur eins. Auch wenn der EuGH das Recht auf Vergessen erfunden hat, mindert das die Bedeutung der neuen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts überhaupt nicht. Denn während der Gerichtshof das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und genauer das Recht auf Schutz der Privatsphäre aus Artikel 7 Grundrechtecharta und das Recht auf den Schutz von Daten in Artikel 8 Grundrechtecharta in der Abwägung mit einem sehr weitreichenden Vorrang ausstattete, arbeitete das Bundesverfassungsgericht nun minutiös heraus, dass auch auf der Gegenseite, bei Google, bei Spiegel, grundrechtlich geschützte Interessen stehen. Während der EuGH meint, dass den Interessen des Betroffenen gegenüber den Interessen von Google grundsätzlich Vorrang zukomme, sagt das Bundesverfassungsgericht jetzt, so leicht liegen die Dinge nicht. Auf der Gegenseite können die unternehmerische Freiheit des Suchmaschinenbetreibers, die Meinungsfreiheit der Inhalteanbieter wie Spiegel Online und auch die Informationsinteressen der Nutzer von Google und von Onlinearchiven stehen. Zitat Bundesverfassungsgericht Für die Beurteilung des Schutzbegehrens gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber kommt es danach auf eine umfassende Abwägung der sich gegenüberstehenden Grundrechte, der durch den Nachweis betroffenen Personen und des Suchmaschinenbetreibers an, einschließlich der Grundrechte des Inhalteanbieters und des Informationsinteresses der Öffentlichkeit. Das Bundesverfassungsgericht gesteht dem EuGH dabei zu, dass allein die wirtschaftlichen Interessen des Suchmaschinenbetreibers grundsätzlich nicht hinreichend schwer sind, um den Schutzanspruch Betroffener einzuschränken. Aber das Bundesverfassungsgericht schiebt dann gleich den Satz an, dass die Informationsinteressen der Öffentlichkeit und die sonstigen Grundrechte Dritter sehr wohl ein größeres Gewicht haben können. Im konkreten Fall Recht auf Vergessen II sagt das Bundesverfassungsgericht, das Oberlandesgericht durfte ein Recht auf Vergessen verneinen und die Klage der Unternehmerin abweisen. Der Beitrag über die praktische Wirksamkeit des Kündigungsschutzes und über die Tricks der Arbeitgeber sei ein Thema von allgemeinem Interesse. Der Beitrag berühre die Beschwerdeführerin als Unternehmerin und nicht unmittelbar ihr Privatleben. Das Informationsinteresse hinsichtlich des konkreten Vorgangs nehme zwar im Laufe der Zeit ab, sei vorliegend aber, da ja gerade einmal sieben Jahre vergangen sind, noch erkennbar. Die Chance eines in Vergessenheit geratens belastender Informationen für die freie Persönlichkeitsentfaltung sei zwar in die Abwägung einzustellen, setze sich im konkreten Fall aber nicht durch. Die Beschwerdeführerin selbst sei mit dem Thema in die Öffentlichkeit getreten, sie hat das Interview mit dem Norddeutschen Rundfunk freiwillig geführt und sie ist nach wie vor als Geschäftsführerin tätig. Was ist hier passiert? Das Bundesverfassungsgericht hat das europäische Datenschutzrecht im besten Sinne relativiert. Es hat es eingebunden in die mehrdimensionale Grundrechtsmatrix einer entwickelten Grundrechtsjudikatur. Es hat ein klares Signal gegen die Tendenzen gesetzt, Freiheit primär als eine statische Größe zu begreifen, gleichsam als Garantie der Beherrschung eines abgrenzbaren Teils des sozialen Raums. Meine Lieblingsstelle in dem Beschluss Recht auf Vergessen 1 lautet, ich zitiere, die Herausbildung der Persönlichkeit vollzieht sich auch in Kommunikationsprozessen und damit in Wechselwirkung mit der freien Beurteilung Dritter und einer Öffentlichkeit. Welche Informationen als interessant, bewundernswert, anstößig oder verwerflich erinnert werden, unterliegt insoweit nicht der einseitigen Verfügung des Betroffenen. Insbesondere gibt es kein Recht, öffentlich zugängliche Informationen nach freier Entscheidung und allein eigenen Vorstellungen zu filtern und auf die Aspekte zu begrenzen, die Betroffene für relevant oder für dem eigenen Persönlichkeitsbild angemessen halten. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist kein Rechtstitel gegen ein Erinnern in historischer Verantwortung. Die Entscheidungen Recht auf Vergessen 1 und 2 werden auch in dieser Hinsicht in die Rechtsgeschichte eingehen. Die Handschrift des Berichterstatters beim Bundesverfassungsgericht, des im nächsten Jahr ausscheidenden Richters am Bundesverfassungsgericht Johannes Masing, ist unverkennbar. Er hatte im juristischen Schriftturm schon des Öfteren vor den Schattenseiten der Luxemburger Grundrechte Judikatur und einer zu weitreichenden europäischen Vereinheitlichung gewarnt. Der EuGH wird möglicherweise schon bald Gelegenheit haben, sich im Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens dazu zu äußern, ob er Karlsruhe bei der Relationierung des Rechts auf Vergessen folgen will. Dann sehen wir uns hier in diesem Podcast wieder.